Liebe Kunden, Freunde und Partner des Hauses KRONE, das Jahr 2023 neigt sich langsam dem Ende zu. Es war erneut ein Jahr vieler Anstrengungen, aber auch einiger Erfolge. Der Alltag der Transportbranche ist noch härter geworden. Mauterhöhung, kaputte Infrastruktur, Personalmangel – all das meistern Sie täglich mit Ihren Unternehmen, um die Menschen in Europa zu versorgen. Zeit für uns, Danke zu sagen. Für Ihre Treue, Ihre kritischen Fragen und manchmal auch Ihre Geduld mit uns. In diesem Jahr unterstützen wir ganz besonders die Aktion Bluttransportiert, die von Logistikern ins Leben gerufen wurde. Jede Spende hilft. Obwohl wir auf schwierige Zeiten zusteuern, bewegen wir uns stabil mit spannenden Themen in Richtung Zukunft. Ich bin mir sicher, dass dies mit vereinten Kräften noch viel besser gelingen wird. Nutzen Sie bitte die Feiertage, um sich zu erholen und neue Kraft zu tanken. Wir wünschen Ihnen allen ein friedvolles Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien. Kommen Sie gesund ins neue Jahr. Vielen Dank. Kommen Sie gesund.